Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Franka und ich liebe es aufzuräumen, denn Ordnung erleichtert mir das Leben ungemein, gerade jetzt mit kleinem Baby. Heute habe ich euch acht Tipps mitgebracht, wie die Küche eigentlich immer gut aussieht. Die Tipps spiegeln natürlich nur meine eigene Meinung wieder. Ihr dürft meine Meinung gerne teilen, ihr dürft aber selbstverständlich auch anderer Meinung sein. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Nach jedem Mittagessen bzw. nach jedem Mal, wenn wir den Backofen benutzt haben, machen wir sowohl die Pfannen sofort sauber als auch den Backofen. Ihr seht ja, wir haben ein Gasherd und auch den mache ich immer nach der Benutzung direkt sauber. Das ist leider nicht mehr so einfach wie früher beim Ceranfeld. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten früher ein Ceranfeld mit Touch, also ohne Knöpfe, da konnte man einfach sein Reinigungszeug draufsprühen und einfach abwischen. Und jetzt habe ich da diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da wo das Gas rauskommt auf jeden Fall, diese vier Dinger und dann noch die vier Griffe. Das ist ja ein bisschen blöder sauber zu machen, aber auch das mache ich nach jeder Benutzung, denn ihr seht ja, das ist trotzdem eine Ceranoberfläche. Und ja, da sammelt sich super schnell Staub drauf und dann natürlich das Fett vom Kochen. Ich mache, um das sauber zu machen, einfach ein bisschen Spülmittel und Wasser auf meinen Lappen und ja, mache erstmal das Grobe weg. Und am Ende nehme ich mir immer nochmal den Glasreiniger und mache das wirklich, soweit es geht, streifenfrei. Diese Metalldinger da, diese schwarzen, die jetzt rechts vom Herd liegen, die mache ich immer unter der Spüle sauber, unter fließendem Wasser mit der Spülbürste und ein bisschen Spüli. Und dann habe ich eigentlich immer ein, ja, schönes Ergebnis. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir Backofen und Herd nach der Benutzung direkt sauber machen. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere Küchengeräte. Wenn wir also den Thermomix benutzt haben, wische ich den hinterher auch sauber. Wenn ich gebacken habe, dann mache ich auch meine Küchenmaschine, die da links im Bild ist, direkt anschließend sauber. Alle Teile, die natürlich in die Spülmaschine können, stelle ich natürlich dann auch dort rein, sodass ich dann wirklich halt nur noch die, ja, die Küchengeräte, die Maschinen an sich sauber machen muss. Wenn wir Pfannen benutzt haben, machen wir die auch direkt nach der Benutzung sauber, denn die, ja, kommen bei uns nicht in die Spülmaschine aufgrund der Beschichtung. Die spüle ich dann einfach unter fließendem Wasser mit Spülmittel und genau, dann sind die auch wieder sauber. Wenn die Spülmaschine fertig ist, geben wir uns auch größte Mühe, die immer direkt auszuräumen. Natürlich geht das nicht direkt, wenn sie fertig ist, weil die Geschirrteile dann natürlich noch sehr heiß sind, aber sobald die abgekühlt sind, nimmt sich einer von uns beiden die Zeit und räumt die Spülmaschine aus. Meistens versuchen wir es, die Spülmaschine so anzustellen, dass sie über Nacht läuft und mein Mann sie am Morgen ausräumen kann. Ja, wenn das aber nicht hinkommt, weil sie, ja, an einem anderen Moment des Tages voll ist, dann stellen wir sie natürlich auch so an, dass ich sie dann ausräume. Dreckiges Geschirr oder Besteck kommt bei uns auch direkt in die Spülmaschine. Ich meine, wer kennt das nicht? Man kommt in die Küche und oben steht plötzlich über der Spülmaschine Geschirr. Das ist super nervig und, ja, ist eigentlich auch nicht nötig. Wenn ich, ja, schon die Kraft aufwende, das Teil da oben hinzustellen, kann ich auch mal eben die Spülmaschine aufmachen und es direkt richtig einräumen. So bleibt die Küche halt durchgehend ordentlich. Nach dem Kochen, beziehungsweise nachdem ich, ja, Obst oder Gemüse geschnitten habe, wische ich die Arbeitsplatte gleich einmal ab. Das gleiche gilt auch für den Fliesenspiegel. Den mache ich natürlich nur sauber, wenn ich gekocht habe. Dann wische ich da hinten einmal drüber. Einmal einfach mit, ja, Spüli und Wasser und dann einmal mit einem trockenen Tuch hinterher. Genauso wie ich auch immer unseren Hängeschrank von unten sauber mache. Wir haben keine Dunstabzugshaube über dem Herd. Deswegen haben wir da einen Schrank hängen und weil der ab und an dann natürlich auch mal dreckig ist, wird der nach jedem Kochen sauber gemacht. Mein wichtigster Tipp für eine ordentliche Küche ist es eigentlich, die Arbeitsplatte so frei wie möglich zu halten. Und da meine ich nicht mal dieses kurzfristige Chaos, das ihr da jetzt gerade gesehen habt, sondern einfach so wenig Küchengeräte wie möglich. Wir haben jetzt zuletzt unsere Kaffeemaschine aussortiert und unsere Milchaufschäumer. Das heißt, wir haben nur noch die KitchenAid, da stehen den Thermomix und einen Wasserkocher und haben so halt ziemlich viel Platz, um, ja, um die Arbeitsfläche zu benutzen. Das Schöne daran ist auch, wenn nicht so viele Küchengeräte rumstehen, dass man wirklich einfach nur die Küchenarbeitsplatte abwischen muss und nicht noch viel mehr, was darauf herumsteht. Vor ein paar Jahren, als wir noch in einer Wohnung im dritten Stock gewohnt haben, habe ich mir angewöhnt, für den Biomüll, der so über den Tag anfällt, eine kleine Schüssel bereitzustellen. Dazu haben wir insgesamt zwei Schüsseln, die wir ausrangiert haben. Die benutze ich jetzt halt für den Biomüll. So ist halt eine immer sauber und diesen Biomüll bringen wir dann abends, beziehungsweise wenn wir länger das Haus verlassen, einfach raus und haben ihn dann halt so nicht in der Wohnung rumstehen. Mein letzter Tipp für heute bezieht sich eher auf die Ordnung in den Schränken und zwar ist mein Tipp benutzt Drehteller. Wenn ich meine Flaschen einfach so in den Schrank stellen würde, würde ich vermutlich an die hinteren nicht mehr drankommen, weil ich die vorderen immer rausnehmen müsste und das würde mich nerven. Genauso ist es auch bei unserem Vorratsschrank. Ich habe dort auch alles auf Drehtellern stehen, dann kann ich halt einfach drehen, ohne irgendwas ausräumen zu müssen, um an die hinteren Sachen dran zu kommen. Jetzt erzähl doch mal, gibt es noch einen Tipp, den ich nicht erwähnt habe, den du aber in deiner täglichen Routine umsetzt? Ich würde mich freuen, wenn du ihn kommentieren würdest. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Sonntag und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, abonniere doch gerne meinen Kanal.